Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch Green Hell. Wir machen mal einen Timecheck. 9 Uhr, ja, Zeit sich hinzulegen. Feuer ist fast runter, ist mir auch recht. Denn wir wollen ja Asche und Kohle produzieren. Okay, es ist immer noch ziemlich dunkel, aber man kann schon mal einen Schluck nehmen. Ja, die war leer. Ja, dann haue ich es nochmal hin. So, und dann, muss ich mal kurz meinen Timer einstellen hier. Schlafen wir noch eine Runde? Feuer ist nun endlich runtergebrannt. Sagen wir mal bis 7 Uhr. Okay. So, und eine würde ich auch gerne mitnehmen. So, hier gibt es hier was zu sammeln. So eine Feder. Und Harz. Baumharz. Ja, das müssen wir dann hier alles mal ein bisschen lichten. Da sind sie. Für den heutigen Tag würde ich gern zum Fluss gehen und ein paar Schildkrötenpanzer holen. Zwei wären gut. Da fährt mir ein. Haben wir denn überhaupt so viel Platz? Ja, haben wir. So ist das trocken? Ne, das ist ein normales Blatt. Ja, das Brennholz hätten wir auch gleich da lassen können. Also wichtig wirklich hier immer auf seine Schritte zu achten. Tote Maus. So. So, das wird man später mal nutzen können. Ah, hier gibt es ein Gürteltier. Mal sehen, ob wir das alle legen können. Um uns einen Panzer zu bauen. Auch wichtig, dass man das Tier am Kopf trifft. Das scheint fast blind zu sein. Hat geklappt. Damit haben wir dann unseren ersten Panzer. Dazu brauche ich noch ein Bananenblatt. Oh, hier gibt es Bananen. Ich werde die mal gleich essen. Denn Carbs, ja. Auch mal Nachschub. Und... Nehmen wir mal so eine kleine Pflanze. Ach ne, hier haben wir ja sogar ein Blatt. Also ein Bananenblatt. Und zweimal Lianen. Und fertig ist die Gürteltier-Rostung. Rande. 31% hat die. Ja, das wird sich dann später noch verbessern lassen. So, wir sollten uns waschen. Okay. Und dann weiter. Wir sind ja auf der Suche nach Shitkrötenpanzern. Hier bei diesen Ameisen. Die kann man sammeln. Und sie dann auch für medizinische Zwecke einsetzen. Und schauen wir mal, ob wir das Demo-mäßig mal probieren. Molyneure hier. Da gibt es wieder Schweine, aber wir sind ja gerade noch versorgt. Möchte nämlich gern mit. So, und die Schale könnte man mal rausstellen. Dann können wir nämlich hier schon was herstellen. So, okay. Dann geht's weiter. So, hier müssen wir noch ein bisschen auf Schlangen achten. Okay. Ach, da haben wir schon die erste Shitkröte. Okay. Wir sind gar nicht so scharf auf das Fleisch, sondern was uns wirklich nach vorn bringen wird, ist der Panzer. Und den stelle ich auch gleich auf. Der füllt sich mit Regenwasser. Und dann geht's uns gut. Schauen, ob wir noch eine zweite finden. Da hinten gibt's ein Camp. Da gibt's auch ein bisschen was zu holen. Ja, vielleicht schauen wir da einfach mal vorbei. Da geht's auch mal. Ja. Okay. 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 Was ist das? Hm. Keine weitere Shitkröte bislang gesehen. So, das ist so eine kleine Bootsanlegerstelle. Den Barsch nehmen wir gern mit. Speerfischfalle. Dann... Oh! Haben wir hier eine Machete? Tatsächlich. Ah, dann tue ich die Klinge mal hin. Welchen Zustand hat die? 100 Prozent. Das war rostet, aber 100 Prozent. Ein Speer. Ja, vielzeugiger Speer. Naja, brauche ich im Moment nicht. Weil ich brauche, wenn ich fische. Das werden wir sicherlich auch später noch machen, aber... Im Moment... Och, war das noch nicht so? Ich habe so eine Tasche. Hier werde ich die Asche mitnehmen und die Kohle. Dann gibt es hier... Oh, wir sind ein bisschen overloaded. Und zwar... Mal schauen. Ja, wir können von allem was brauchen. So, jetzt sind wir wieder... Okay. Ja. Gibt es ein Wasserfilter aus Bammus? Nett, aber ich finde... Wenn man jetzt mal diesen Leben... Wasserfilter... In Aktion erlebt hat, dann... Will man auf den nicht mehr verzichten. Können wir mal schauen... Wenn es hier noch was gibt. Sehen, ob uns hier noch eine Schildkröte über den Weg läuft. Ja, das ist auch sehr schön gemacht. Gut. Hier raschelt was verdächtig. Das ist eine Wanderspinne, die nutzt mir nichts. Diese Goliath Pole Spinne... Mit der kann man auch was machen. Die kann man auch für medizinische Zwecke einsetzen, aber... Die Wanderspinne ist für mich nicht anders nützlich. So, Papagei. Okay. Okay, das war der Stock zu viel wahrscheinlich. Dann... Ja, und gehen wir zurück. Das Bootscamp hier haben wir gesehen. Ich glaube nicht, dass es hier noch viel mehr gibt. Ach ja, ein bisschen Trockenfleisch. Da gibt's noch Kokosnuss. Sehr gut. Jetzt müssen wir da was essen. Äh... Ja. 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 Ja, das mit dem Geschlepp ist halt auch immer so eine Sache. Wir sind hier entlang. Wir sind hier entlang. Ja. Die Piranhas können einem das Leben schwer machen hier drin. Dann... Ja. 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 Hier gibt es diese Manikopflanze. Na, diese Wurzel. Die würde ich ja irre gerne mitnehmen. Aber die werden wir kaum noch transportieren können. Wollen wir die mal kleiden? Essen. Essen. So. Dann mach es so. Jetzt klappt es. So, weiter geht's. Ah, nein. Wir sind voll und wir können nicht mehr tragen. So, dann schauen wir mal noch. Äh, schauen wir mal noch, ob es noch weitere Schildkröten gibt. Eigentlich begnügen wir uns erstmal mit dem einen Panzer. So, und jetzt sind wir aber überladen und müssen ein bisschen absatteln. Nehmen wir mal das raus, was man schnell auch irgendwo anders findet. Genau. So. So, wir könnten stattdessen ein paar Bammus-Sticks mitnehmen. Und was gibt's hier? So. So. Und dann... ... 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 und sammeln und dann kommt der kleine noch aus ok sind wir gut und zurück zur höhle vorsichtig okay dann erstmals gleich ja da ist die schlange tabak bräuchte ich das jetzt nehmen und essen da ist die nächste schlange und es gibt wieder blutegel ok ja so eine tolle wurzel kann ich mir diesmal aber nicht einstecken denn wir sind bereits jetzt überladen so vorsichtig hier na ok haben wir es geschafft mit dem shitkrötenpanzer ach jetzt ist da wieder was ok jetzt probiere ich es mal mit dieser axt machen wir die auf der vier das jetzt besser geht ne das ist ja genauso bekloppt wie das andere aber damit geht es natürlich insofern besser weil wir brauchen bloß einen schlag so jetzt sind wir natürlich krass überladen dann lasse ich mal den sperr hier liegen so und hier vorsichtig um die ecke schauen ich hatte nämlich schon mal die situation dass da plötzlich ein besucher war ok jetzt können wir den shitkrötenpanzer hier rauslegen hier haben wir sowieso gleich was zu trinken ja bisschen stuff gibt es hier abzulegen daraus werden wir uns dann Pfeile basteln machen wir alles in der nächsten Folge ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit ich hoffe ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim schauen des Videos lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin macht's gut bye bye